Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Guide zu Detroit Become Human. Die Trophäe hier heute lautet, kenne deinen Partner. Wir befinden uns also im Kapitel auf Hank warten und sollen hier im Büro darauf warten, dass Ellen halt irgendwann mal hier zur Arbeit erscheint und währenddessen werden wir uns ein wenig seinen Schreibtisch vornehmen und mal herausfinden, was wir dort alles finden. Ganz, ganz wichtig, das Ganze läuft A auf Zeit und ist B egal. Also ihr braucht euch darum keine Sorgen zu machen, wenn ihr von Hank gestört werdet. Ihr könnt also erstmal in Ruhe hier ein bisschen seine Musik hören, was auf sein Abi draufquatschen und vor allem gleich alle Objekte auf dem Schreibtisch analysieren. Das ist das Wichtigste von allem. Und zu den 8 Analyseobjekten kommt noch ein weiteres an der Glaswand dazu. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das auch mitnehmt, weil dann habt ihr wirklich alles über Hank erfahren, was da ein Schreibtisch hergibt und dann steht er darauf her, nichts mehr im Weg. Kenne deinen Partner. Dazu beginnen wir jetzt hier mit der Analyse auf alle Fälle. Ich werde das hier ziemlich schnell machen. Hier haben wir einmal eine Kaffeetasse, die wir uns anschauen. Aha, da ist kalter Kaffee drin. Dann haben wir hier irgendein asiatisches Bäumchen. Noch mal ein paar Donuts. Naja, ist ja logisch, ne? Polizei und Donut, das muss einfach sein. Interessanter wird es hier oben mit Anti-Androiden-Parolen. Das ist schon mal nicht so gut für uns theoretisch. Dann haben wir hier noch ein paar Streichwitzer aus einer Kneipe. Dann haben wir hier eine Baseballkappe. Oder äh, eine Basketballkappe. Sorry, kein Baseball, aber Basketball. Ein paar Hundehaare sind hier. Und hier haben wir noch mal ein Foto. Und jetzt werden wir von Hank gestört. Und das ist das, was ich meinte mit das läuft auf Zeit. Das kann also auch sein, wenn ihr also wirklich sofort vom Schreibtischstuhl aufsteht. Wenn ihr sofort alles macht. Vielleicht keine Nachricht auf einem Abi hinterlasst. Und so weiter und sofort euch richtig sputet, dass ihr da nicht gestört werdet. So gehen wir halt zurück. Gehen zurück rein in die Analyse. Denn das Wichtigste fehlt uns noch. Und zwar ist das hier an der Wand dann gleich mit Viereck markiert. Genau, weil wir haben 8 von 8 abgeschlossen. Und den hier braucht man noch. Die drei Zeitungsberichte darüber, dass Hank ein echter Held ist. Und damit haben wir alles beisammen für die Trophäe. Kenne deinen Partner. Sorry. Kenne deinen Partner. Da muss ich echt kurz vor Ende hier nochmal einen Fehler reinhauen. Aber gut. Das war's. Hat's euch gefallen? Lasst den Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Und ich hoffe, ihr seid natürlich auch das nächste Mal wieder mit von der Partie. Und ich sage bis dahin. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie. We're Goodie. 2. 2. 3. 8. 9. 9. Vielen Dank.